200 Meter Rücken sehen wir vom SCB-Paradio Jenny Menzing. Voll konzentriert, sie muss in die Nähe des Veranstaltungsrekords schwimmen. Eine Zeit steht hier von 2.11.33. Das schwimmt man nicht alleine, da muss man sich ein bisschen Hilfe holen und die hat sie bekommen. Sie wird also in den zweiten 50 Meter von der Hamburger Paulina Spiele begleitet. Die sehen wir hinten schon im Wasser. Und dann sehen wir dort nochmal jemanden, auch nochmal vom SCB Halle. Die zweiten 100 Meter wird diejenige, die das Finale um sieben Punkte verpasst hat. Aber sie gibt nochmal alles hier für Jenny, damit sie diese Live-Show bringt. Vom SCB Halle, Laura Riedemann. So, dann wünsche ich mir Jenny viel Glück. 200 Meter Rücken. So, dann wünsche ich mir Jenny viel Glück. Auf die Felsen. Von Jenny ist auch nicht jetzt die große Strinterin. Sie entscheidet die Sache auf den zweiten 100 Metern. Das heißt, nicht unruhig werden, wenn ihr vorne vielleicht mal 1, 4, 4 erscheint. Das ist alles noch im Rahmen. Ihre Stärke sind die zweiten 100 Meter. Und da wird sie dann auch nochmal richtig krass gehen. Aber hinten müssen sie schon, wo die Fähre beieinander 30, 5 durchgehen. 30, 7 ist in Ordnung. Jetzt kommt die Hilfe. Oder macht jetzt die 50 Meter Steiche mit. Das wird reichen, um hier in die 1, 04 durchzugehen. Und dann geht's los. Das wird's ab. Und dann brauchen wir das Publikum. Ja, was sagst du denn? 1, 0, 3, 1. Jetzt müsst ihr noch drauf achten, damit ich jetzt noch eine 6.9 drauf schwimmen. Das sieht gut aus. Das sieht ruhig aus. Das sieht sogar aus, als ob es auf der Sitzbahn noch mal die Bequenzen umdrehen kann. Wenn sie unter 2.11 Jünger sind, dann muss er hinten beim 1, 37 rum sein. 1, 36 ja. Und jetzt Feuer. Das könnte man uns anschneiden und sich auf der Erde. Wollen wir gucken jetzt noch mal Feuer und alle. Das sieht an der Sturzsee ganz, ganz, ganz klar aus. Wenn ihr noch ein bisschen was macht, ist es nur 9,99. Und das ist eine 10, 04.